Willkommen zurück zu The Cat Lady, Leute. Zuletzt hatten wir vor, hier herauszukommen. Bitte nicht sie bemerken, sie sind alle confidentiales Dokumente. Ja, ja. Ja? Vielleicht sollten Sie sie nicht auf der Tasche auf der Tasche, um alle zu sehen. Wenn Sie etwas zu lesen, haben Sie ein paar Magazinen. Danke. Okay. Wir haben ein bisschen Gedöns bei uns. Ich weiß nicht, ob das uns irgendwie helfen kann. Wollen wir hier bei ihr mal reingehen? Oh, Bett. Hm. I've already got one, Glub. Was könnte ich mit den Handschuhen wohl tun? Und was hat es mit den Blumen hier auch auf sich? Strauß, Margariten, Medikamentenblatt. Sie will ihr rotes Zeug. Was können wir denn mal machen? Wieder ins Bad gehen? Hilft mir das irgendwie? Oder wir gehen... Ja, okay. Wir gehen einmal kurz ins Bad. Und wenn da jetzt nichts ist und so, dann können wir auch nochmal nach hinten gehen zu den Wachmännern und gucken, ob das sich verändert hat oder so nach der Sequenz jetzt. Hier können wir immer noch jemanden holen. Wir müssen die... Ja, eigentlich müssen wir die ablenken, aber wir sollen ja jetzt auch brav sein. Weiß nicht. Bin mir da nicht so sicher. Brav sein, damit wir halt die Tabletten bekommen. Also die Schwester jetzt da weglocken will ich eigentlich gar nicht mehr so, weil... Ja, wir wissen ja jetzt, wie die... Wie die Mutter hieß und das wollte ich ja nicht nur, um an die Krankenakten zu kommen. Weiß auch nicht. Ja, jetzt ruckel mal nicht so extrem vor dich hin, Schwester. Können wir vielleicht mit der darüber reden? Kann ich bitte zufrieden? Ich fühle mich schon besser als Liz hier. Sagen Sie das, warum man das nicht jetzt durchlassen soll. Hm. Kann ich bitte einen Telefon machen, bitte? Oh, ja, aber die Telefon... Kannst du bitte zurückkommen? Also es ist immer besetzt. Hier ist ja auch noch die Schwester. Die lassen uns nicht durch, ne? Sorry, Mom. Can't let you through. We'll need to see a discharge letter. Right. It seems that it... Hm. So, das bringt auch nicht viel. Please do not touch these. They are all comp... I'll go and get... I'm sorry. I just got... Ja, aufräumen, aufräumen, aufräumen. Ach, Olle. So, ähm... Ich weiß gar nicht, was es noch für Möglichkeiten gibt. Vielleicht ins Zimmer gehen und uns da hinlegen, warten oder so. Ganz brav halt sein. Gehen wir mal bei uns wieder rein. Oder man muss es tatsächlich so weit kommen lassen. Warte mal, hier im Bett. Nicklchen. Das macht sie auch? Ich will hier wirklich nicht schlafen, außer da bin ich eh nicht müde. Okay. Vielleicht wieder klingeln, sagen, dass es ihr schlecht geht und dann diesmal sagen, okay, gib mir die Medikamente. Und dann, ähm, die roten Tabletten heimlich stibitzen oder so. Probier das mal aus. Ich hab keine Ahnung, was dann passiert. Ich hoffe, das geht nicht schief, aber ist wenigstens ein Plan. Hm. Kannst du dich mittlerweile eigentlich angucken? Nee, ne? Sie kann ihr Spiegelbild, glaube ich, auch irgendwie nicht ertragen, hab ich immer so das Gefühl. Ich kann mich nicht ansehen, ja. Warum steht hier aber nicht? Dann klingel mal. Oh, oh. Nach dem letzten Mal hab ich ein bisschen Schiss. Aber, ja, ist halt eine schnelle Möglichkeit, um an die Medikamente vielleicht zu kommen, ne? Someone is coming. Diesmal legen wir es halt aber drauf an, welche zu bekommen. Also, mal gucken. Ähm. Ich fühle mich benebelt mal wieder. I'm feeling it. Are you really? You look for... No, I... Fine. But I can't in the meantime. I think it's time. Can you please tell me your name and your date of birth? Ich sag das jetzt einfach auch alles? Susan Ashworth, 24th of May, 1970. I'm just going to check your name band now to confirm that. That's fine. That's fine. I'd like you to drink this liquid, please. It will help you relax. It will help you relax. Drogen nehmen. Naja, jetzt muss ich sie ja eigentlich nehmen. Drogen nehmen. That's a good girl. Now, drink it down. You'll feel much better. Na, nicht schön. Jetzt ist sie wahrscheinlich wieder voll drauf. Mhm. Ich will doch die rote Kapsel. Die Arme. Okay, ich hab sie mal wieder unter Drogen gesetzt. Scheiße. Und dabei ging's ihr voll gut. Das ist ja das Schlimme dabei. Kann man hier irgendwas machen? Kann sie hier in dem Drogenzustand vielleicht... Irgendwas tun? Benutzen. Kann mir nicht vorstellen, wie ich das verwenden soll. Ja. Ich weiß, das sind ganz gruselige Gedanken, die ich gerade hab, aber... Einfach mal... Geburtstag anfangen, hm? Ich weiß, was das ist. Entschuldigung, jetzt muss ich niesen. Ja, dann torkel mal einfach raus. Torkel raus. Schau. Kann sie vielleicht in ihrem Drogenzustand, ähm, auch zu der anderen rüber gehen? Ist die andere da? Oder wenn wir auf Droge rüber gehen, zu der Schwester und so? Allein auch diese... Geräusche... Uh! Okay, das ist gruselig. Rauschgiftherz. Ist das die andere Welt, zu sagen, so schwer sich zu konzentrieren? Ist das dieses Ding mit Medikamenten gefüllt? Ja, anscheinend. Kannst du da was machen? Was aufschlitzen? Uh, ich kann das wirklich aufmachen. Komme ich dann an diese rote Flüssigkeit? Okay. Und jetzt den Becher. Ich fülle es mit diesem Medikament. Boah, krasser Scheiß, ey. Ich mach das wirklich. Okay, kannst du hier noch weitergehen? Nein. Aber das ist wahrscheinlich das, was die Patientin meinte, so in der anderen Welt. Äh, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Also, da haben wir unser Zeug. Da wird sich ja die, ähm, andere freuen. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt. Ähm. Aber ich freue mich, dass ich da jetzt so schnell drauf gekommen bin. Auch wenn das alles voll krank ist. Hier, die Scheiße. So, jetzt leg dich schön ins Bett. Schön ins Bettchen gehen. Och, ist das schön hier. Och ja, schön schlafen. Hier in dem gruseligen Krankenbett. Jetzt leg dich hin. So, der Rausch ist jetzt vorbei. Wir haben die geile Flüssigkeit. Yay. Wir wollen das jetzt ganz schnell der anderen geben. Wir haben viel auf uns genommen. Guck mal, was ich habe. Schätzchen. Lust zu quatschen? Wie heißt du? Hm. Mhm. Boah, was die alte Laber. Du kriegst dein rotes Zeug. Hm. Wegen dieser Namensanbänder. Ich hab das rote Zeug. Wir können unsere Namensbande verwenden. Als nächstes du mir die rote Zeug bringst. Aber es ist hidden. Du musst den Herzbeut von der Seite folgen. Es ist da drin. Ja. Hier. Nimm es. Was soll ich machen? Belohnung. Es ist der Wut. Without it, es ist einfach... Wütend, wütend, wütend. Ja, ich will dir das geben. Lass mich mal Schluss machen mit dir. Ich glaub, das geht in dem Gespräch nicht. Ich muss das außerhalb des Gesprächs machen. Ja, du bist eine Lügerin und ein krankes Mädel. So. Lass mich es ihr geben. Ich will raus. So. Latsch doch nicht weg. Hier, komm, geh mal nochmal hin zu ihr. Wir wollen ihr das ja geben. Du tust es halt nur nicht in dem Gespräch irgendwie. Da. Trinken. Gib. Na? Ja. 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 Natürlich nicht. Ist ja auch nur so einen gigantischen Albtraum herz. Ja. 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 Jetzt haut sie auch ab. Und wir haben ein anderes Armband, ne? Annie heißt sie. Annies Armband. Ach ja, so hieß sie. Okay. Untersuche. Es ist ein Armband des Krankenhauses zum Anstecken. Darauf steht Ann Jennifer Burton. 15.11.1975. Und da sie freiwillig hier ist, könnte das sein, dass wir jetzt einfach rausgehen können, oder? Wäre zwar zu einfach, aber wir müssen es ja mal ausprobieren. Ja, oder? Kannst du denen das nicht zeigen? Untersuchen. Geht nicht? Ähm. Dann könnten wir jetzt nochmal nach diesem Entlassungsdings fragen. Dann guckt sie vielleicht in ihren Akten oder so. Dann müssen wir sie nochmal ansprechen. Ja, ich weiß, es läuft voll scheiße hier in dem Spiel. Aber wir kommen trotzdem weiter. So, dann quassel sie mal an. Äh, sagen sie... Könnten sie mich bitte entlassen? Ich fühle mich jetzt viel besser. Ich bin glücklich, dass du hier... Aber ich kann nicht dich verraten. Er sollte seinen Runde sehr schnell machen. Bitte zurück zu deinem Bett und warte ihm, okay? Hm. Können wir das hier... Ne, können wir auch nicht. Nutzen. Brauche das gerade nicht. Vielleicht. Vielleicht müssen wir noch irgendwas anderes machen. Nochmal reden. Vielleicht was anderes. Hatte sie irgendwie nach dem Band mal gefragt? Ähm. Vielleicht jetzt telefonieren? Kann ich jetzt telefonieren? Oh, aber die Telefon, kannst du bitte... Hm. Danke. Nichts. Nochmal zu den Entlassungen. Aber dann wird sie wieder sagen, dass sie da nicht rangehen soll. Was können wir denn dann mal machen? Also außer mit ihr reden fällt mir jetzt gerade auch nicht viel ein. Hm? Is Liz here? And who's that young black hair? Oh, I'm sorry. I can't re... Hm. Can you return to your bed? It's nearly time. I can't be chased. Beg your part. Look, I'm all coming. Hm. Ich meine, sie darf hier direkt raus und eigentlich müssten wir ja auch hier reingehen. Dann legen wir uns hier hin und dann kommt vielleicht der Arzt. Ja, du bist ja aber jetzt... Du tust doch so, als wärst du sie. Wieso legst du dich jetzt hier nicht hin? Das würde doch auch Sinn machen. Kannst du die nicht tauschen, die Medikamentenblätter oder... Sie müssten doch eigentlich jetzt das Zimmer auch wechseln. Oder so. Hm. Hm. Was kann ich denn jetzt mal machen? Ähm... Nochmal die Tür... Klingel benutzen und wieder jemanden kommen lassen und dann, ähm... Dann diesmal was anderes sagen. Boah, ich hab keine Ahnung. Was sonst, ne? Hallo. Wollt ihr mich wieder unter Drogen setzen? Ich weiß auch nicht. Irgendwas muss man ja machen können. Hallo, hier ist Annie. Annie Spa. Silent Hill. Ach, Leute. Es läuft so scheiße, das Spiel. Echt unglaublich. Aber ich hab auch ne Frapstyle von 8 bis 10. Das ist voll unnormal. Okay, da kommt jemand. Jetzt geht's los hier. Ich bin Annie. Jetzt wird Annie unter Drogen gesetzt. Hast du die Bellen ringt? Ist es eine Erkrankung? Hm. Ich wollte sie nur daran erinnern, dass ich bereit bin, nach Hause zu gehen. Ich wollte dich nur noch mal erinnern, dass ich bereit bin, nach Hause zu gehen. Oh, ist das so? Na ja, warte mal was? Ich habe es nicht vergessen. Es dauert Zeit. Ich kann meinen Job verlieren, wenn ich die richtigen Prozeduren nicht folge. Warum bin ich da? Ich denke, es ist Zeit, dass wir dir ein paar Medikamente geben. Kannst du mir bitte deinen Namen und deinen Drogen sagen? Am Ende gibt's Medikamente. Geben Sie mir Ihren Namen. Anne Burton, geboren 1975. Ach, das gibt's auch die. Okay, Anne Burton. Anne Burton, born in 1975. Let me just check your name, Ben, quickly. Als ob sie nicht davor dieselbe Person vor sich hatte und der andere Medikamente gegeben hat. Anne Burton, that's fine. I'm just going to check your name, Ben, now to confirm that. I think you got a little confused there, Miss Burton. Good job, I spotted this. You wouldn't want to get the wrong medication, would you? Here's your sedative and your methadone. I'm sure you were waiting for this, weren't you, sweetheart? I'm just going to check your name, Ben, now to confirm that. I think you got a little confused there, Miss Burton. Good job, I spotted this. You wouldn't want to get the wrong medication, would you? Here's your sedative and your methadone. I'm sure you were waiting for this, when you see that. Drogen nehmen, verweigern. Uff. Ich will das Zeug eigentlich nicht nehmen. Sind wir denn jetzt besser brav oder nicht brav? Warum muss ich das Zeug jetzt nehmen? Ich will das nicht nehmen. Ich will auch nicht, dass Susan das nimmt. Das ist voll der Scheiß. Ja, wir gehen mal wieder in die Drogenwelt. Das ist eine gute Frau. Jetzt, trink es runter. Du fühlst viel besser. Ja, total. Runter mit dem Zeug. Hau weg die Scheiße. Ja, das glaube ich. Kannst du hier irgendwas machen? Hm. Also ich glaube nicht, dass wir hier wieder irgendwas machen können. Wir hauen mal wieder ab. Langsam hauen wir ab. Ganz langsam. Ja. Ja. Komm, geh einfach weiter. Es ist so schön, immer auf verschiedenen Medikamenten zu sein. Scheiße. Da ist das eklige Herz schon wieder. Kannst du hier nicht irgendwas machen? Kann mit dem Herz nichts machen. Benutzen. Okay. Okay. Das Spinnenherd. Und hier können wir auch nicht reingehen. Geh weiter. Hör auf jetzt. Das ist eine Panne, ey. Sie kann ja nur hier reingehen. Es sei denn, ich muss mit dem Handschuh noch was machen. Aber da war ja auch nichts. Untersuchen. Zimmer eins ist meines Erachtens nicht mehr lange. Okay. Geh da rein. Das hat mir überhaupt nichts gebracht, die Scheiße jetzt zu nehmen. Außer, dass sie ganz artig war. Und das alles ganz brav genommen hat. Der Arzt hätte kommen sollen. Ich bin ja so blöd. Ich glaube, ich war zu artig. Ich glaube, ich hätte den Arzt kommen lassen sollen. Also, obwohl das war, glaube ich, auch nur ein Pflegerhelfer, ne? Oh, Manu. Ich habe es bestimmt verkackt. Aber das macht nichts, weil wir sind eigentlich ganz gut weitergekommen. In den letzten beiden Pazos nicht. Ja. Ja. Komm schon, sag es. Du hast... Ba, ba, ba. Okay. Was? Hätte ich ja... Ich hätte höchstens das verweigern können mit den Drogen. Aber dann erschließt sich immer noch nicht, was wir mit den Handschuhen machen können. Hm. Wir haben das Armband, aber was bringt uns das? Ich meine, dann hält uns der Pfleger fest oder so. Und dann werden ihr so oder so die Drogen geben. Und beim Herz konnten wir jetzt nichts mehr machen. Ich habe gerade keine Ahnung, was wir tun können. Ich überlege es mir wieder mal für den nächsten Part von The Cat Lady. Danke fürs Zuschauen und bis dann!